Ja Leute, schönen guten Morgen heute. Es ist früh, die Sonne geht auf, wir gehen runter zum Frühstück. Mal schauen, was es zum Frühstück gibt. Und genau, erstmal noch Zähneputzen kurz und dann let's go. Bis zum Frühstück. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020